Hey, ho Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Atmos mit dem guten alten Lars, hallo Lars Hallo, mit mir, ich bin der Lars und das ist der Roman und meine Damen und Herren, wir sind heute in einem ganz ganz neuen Projekt, liebe Leute, ja das Projekt nennt sich nämlich Minecraft Atmos Mit dem Flo, mit Flo zusammen, ja, Flo ist natürlich auch mit dabei, ja wollte ich nicht gerade sagen, Flo ist heute mit dabei, ein Flo ist natürlich jetzt körperlich nicht anwesend Aber er ist bildlich anwesend Aber er ist da, er ist irgendwie mit uns immer hier in unserem Herzen, wir brauchen natürlich ein kleines, wir brauchen natürlich ein kleines Denkmal, dass der gute alte Joe hier auch mit am Start ist Wir haben ihn einfach mal am Anfang hier mit reingetan, weil wir vermissen den Kerl, ja, der hat ja gerade keine Zeit und deswegen machen wir jetzt dieses Projekt kurz zusammen zu zweit Minecraft Atmos ist ein kleines Mini-Projekt von Lars und mir, das könnte vielleicht so 15, 16, 20 Folgen Maximum gehen, das ist ein kleines Projekt, was wir sozusagen durch einfach machen wollen Genau Und in diesem Projekt wird es auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen geben und zwar haben wir nämlich hier eine Hub, wir befinden uns nicht direkt auf der Map, sondern in der Hauptkommandozentrale Aber Roman, wie sieht denn die Map denn aus? Kannst du das mal erklären? Die Map werden wir wahrscheinlich nichts gleich zeigen, wenn wir hier erstmal alles durchgelesen haben Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß es nicht Also pass auf, wir haben jetzt erstmal die Regeln, die müssen wir uns natürlich erstmal durchlesen, ja Und zwar die Regeln und die erste Regel, da ist, wir dürfen in dieser Hub, dürfen wir keinen einzigen Block abbauen, ja Jeder Block darf wahrscheinlich benutzt werden, wie zum Beispiel der Anvil, ja Aber, ähm, wir dürfen keine Blöcke abbauen Wir dürfen die nicht abbauen Okay, verstehe, verstehe, verstehe Zweite Game Rule ist, wir dürfen kein Cheaten machen, ne, Game Mode 1 und sowas Ich raste aus, Mann! Okay, pass auf Ähm, das ist auf jeden Fall auch nicht erlaubt Und wir dürfen auf jeden Fall nur auf Difficulty Easy spielen Ja, Easy Plus Easy Also Easy Cheeasy So, viertes ist, äh, vierte Regel ist nochmal Nicht Cheaten, ja Fünfte Regel ist ne ganz besondere Regel Wir dürfen nicht, äh, uns sterben lassen, um unser Healing und Essen wieder zurückzuholen Also statt zu essen, dass wir uns einfach umbringen, dann haben wir wieder alles voll Redest du mit mir? Ja, ich rede gerade mit dir Achso, okay Dann dürfen wir kein, äh, Slash Spawn Point machen, ja, das ist immer am Anfang der Insel Dann dürfen wir nicht diese Map kritisieren, warum auch immer Und wir dürfen als achte Regel Boah, ich finde aber die Map, da hätte der auf jeden Fall keinen Kohleblock genießen Also, ich hätte zum Beispiel, also Ist das Terrakotta? Das ist Terrakotta, ne? Ich glaube, das ist Terrakotta, ich weiß es nicht, aber der hat echt hübscher bauen können, dieser Typ Äh, hätte er aus Holz gebaut, ne? Die letzte Regel ist, Spaß haben Ja Was? Wir erklären euch einfach mal Wir werden heute keinen Spaß haben, auf keinen Fall Es geht nämlich, es sieht nämlich so aus Wir haben nämlich hier nochmal viele interessante Aufgaben Tasks bedeutet Aufgaben, Lars Verstehst du das? Englisch ist das Ich dachte, Task ist der Tisch, oder? Ja, das ist Task heißt noch Tisch Task heißt Tisch, ganz genau So, wir haben auf jeden Fall hier 20, beziehungsweise 22, äh, 21 oder 22 Aufgaben Halt, Aufgaben, Mathe ist auch nicht deine Stärke, ne? Ne, 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 ne Okay, pass auf Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Aufgaben, wie zum Beispiel, äh, erkunde alle Inseln, ne? Ja Dann irgendwie Ja Ja Dann irgendwie, äh, äh, klau ein kleines Haus Wir machen jetzt weiter, wir gehen jetzt zum guten alten Florian Hier ist der Button, der uns zu dem unteren Teil hierher bringt Sieh, das ist, der Flor hat einfach so einen Pickel am Hals, ey Und das rennt dann ich und ich mach die ganze Zeit Hu 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 Okay, meine Freunde, wir sind in Skyblock gelandet Aber nicht direkt Skyblock, sondern eine spezielle Map, die extra für uns gebaut wurde Genau Es ist wichtig, es ist jetzt wichtig erstmal Ruhe zu bewahren, ja? Es ist wichtig jetzt erstmal Ruhe zu bewahren, hör auf, bitte Roman, bitte nicht Bitte nicht, Roman! Hehehehe Hehehehe Ich hab damit, ich hab keinen Spaß, weißt du? Wenn es so, wenn es so weitergeht Ach du Heiliger Weißt du, ich bin hier oben auf der, auf der Wand gespawnt Voll komisch, Alter Auf der, auf der, ha, ha, okay, gut Ohne runterschubsen jetzt, okay? Nein, nicht runterschubsen, sondern schubs ich die Kuh runter Nicht, die Kuh ist heilig Wir haben nämlich nur eine Kuh, wenn wir diese Alter, mach das nicht, mach das nicht Die fliegt, wenn die gleich runterfliegt Lass an die runterfliegt, dann ist es für uns vorbei Dann haben wir nie wieder Milch in diesem Projekt Versteht Hör auf, damit die hat nicht mehr Hör jetzt auf, die Kuh anzugreifen Ich wusste nicht, ich dachte, es geht um Dings Ich dachte, es geht darum, dass wir das Leder abziehen Nein, du kannst das Leder nicht mit der Hand einfach so abziehen Du brauchst, um Leder abzuziehen, brauchst du Dings Ähm, ne, 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 ne Lederabscherer Du verstehst das nicht So, auf jeden Fall, meine werten Damen und Herren Wir fangen jetzt erstmal an, indem wir natürlich diesen Baum hier abbauen Ich hab das Sein gefangen Warte mal Gib mir das Sein Oh nein, bitte pass auf Kannst du mal bitte die Kuh irgendwie eingraben oder sowas? Komm schon, grab die mein Komm Betsy, komm Betsy, komm Betsy heißt die jetzt Ah ja, übrigens Wir brauchen ein Name Tag Wir müssen die Betsy nennen Machen wir auf jeden Fall noch Ähm, wir haben übrigens noch den Namen Atmos gewählt Wegen Atmosphäre Wisst ihr, wie ich das meine? Weil wir haben hier nichts auf uns herum außer Atmosphäre Aber hier sind so Hier ist Brot Hier ist Eis drin Hier ist ein Lava Eimer Ich glaube, wir müssen Dings Ich glaube, wir müssen eine Cobblestone Farm machen, Roman Kannst du sowas? Ich hab mir sowas mal durchgelesen Ich hab das auch irgendwann mal gemacht Ich bin, ich bin aber schlecht in sowas, ne Also da müssen wir halt mal wirklich, da müssen wir halt wirklich gucken Müssen wir halt mal ausprobieren Also, was wir auf jeden Fall brauchen Ist erstmal, bau mal ein bisschen Holz, äh, bau mal ein bisschen Dirt Okay Will mal kurz, hier ist, hier ist nochmal so eine Anleitung Recomandant ist das hier, ups Warte Recomandant heißt das Recomandant Sag ich doch Hab ich doch gesagt Return to Hub, okay Recomandant, Return to Hub Ah, genau, richtig Ein Lava Eimer, Eis Falls das manche Leute nicht wissen, ne Wir haben da hinten einen Return to Hub Knopf Aber den können wir noch nicht erreichen Weil wir da einfach noch nichts haben Übrigens, bitte nicht runterschubsen Ich hab gerade unser Holz, okay Ohne, ohne runterschubsen jetzt Ohne runterschubsen Warte, willst du Dings hier haben? Hier hast du mal ein Dings hier Oh, ein bisschen Brot Das ist ganz leid Okay, ich würde sagen Bauen wir mit mir ein bisschen Dirt hier ab Weil dann können wir nicht so Ne, warte, ich nehm hier den Ich nehm das hier, weißt du Dass wir hier die Saplings dann haben Weißt du, wie ich meine? Dann nehmen wir mit den Sa... Mit den Saplings werden wir dann rumsaplen Und irgendwie ist mein Sound mega laut Alter, ich hab auch meinen Sound noch mega laut gehabt Und ich hab noch Auto-Jump an Dieses Auto-Jump ist so schlimm Auto-Jump ist so nervig, gell Welcher Mensch braucht Auto-Jump? Das ist so... Ich verstehe es auch nicht Ja, ich verstehe Auf jeden Fall Also hier ist übrigens dieses Schild Wo der geschrieben hat Wir müssen erst zur Hub kommen Das ist so unsere erste Aufgabe eigentlich Man startet zwar in der Hub Aber naja, was soll man machen, ne? Ähm, was machen denn man soll? Was machen denn man soll? Ich hab... Ich hab einen einzigen Sapling jetzt, okay? Okay, du hast einen Sapling Wollen wir... Wollen wir den hier anpflanzen? Ich hab auch... Ich hab auch einen Sapling Ich hab auch einen, ich hab auch einen Okay, ich würde sagen, ne? Pass mal auf Wir machen einfach, ähm, hier so eine kleine Ecke Und hier platzieren wir... Ich hab so das Gefühl... Warte mal kurz Ähm, ich glaube Wir haben sogar hier noch viel viel mehr Was wir jetzt nicht wissen Was du nicht weißt, wenn wir nicht hier... Stimmt, wir haben hier Dings Stone hier unten Weißt, was ich meine? Hier geht ja... Hier geht ja noch ein bisschen was Weißt du? Ich kenn das nämlich... Ich hab ja auch mal ein Projekt gehabt, das hieß Minecraft The Jumper Ja The Jumper Oh lol, ich hab Kohle Junge, hier ist aber Kohle Junge, wie nice Hier ist auch noch... Hinter dir ist auch noch ein normaler Cobblestone arena Pass auf, wir müssen... Oh nein, oh nein, oh nein Hier dürfen wir... Doch, 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 da können wir die Kuh reinmachen Da können wir auch noch runter Aber du hast der Kuh jetzt so viel Schaden zugefügt Ich weiß nicht, ob Betsy das überlebt Ach was Wenn Betsy stirbt... Nein, 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 bitte hör auf Warte, ich guck mal gerade über die anderen Inseln Ist hier noch irgendwo... Da hinten sind Schweine Ich glaub, das ist auch wirklich die einzige Kuh, die wir haben, ne? Das ist die einzige Kuh Oh mein Gott Und du hast Betsy geschlagen und getreten mit Füßen Das hast du getan Da ist eine fliegende Toilette da drüben Siehst du die? Wo ist die fliegende... Oh lol, dieses Sandding Das sieht aus wie so eine fliegende Sandtoilette irgendwo Ja, gut eine Sandtoilette Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen Aber da steht ein Schild, da steht drauf Julia 1992 bis 2007 RIP Ha, keine Ahnung Okay, keine Ahnung, was das heißen soll Okay, alles klar Oh, da ist sogar Dings... Iron ist da sogar Kannst du mir mal auch was geben, damit ich hier bauen kann? Also... Das Problem ist, ich baue selber gerade alles nur so ab Warte mal, ich kann dir ein bisschen Holz geben Dann kannst du dir ne... Soll ich dir ne Spitzhacke... Aber soll ich... Nimm am besten, ne? Ah ne, ich weiß, wie ich das mache Ich geb dir diese Spitzhacke hier Ich krieg hier die Low-Level-Spitzhacke oder was? Natürlich kriegst du die Low-Level-Spitzhacke Weißt du, wieviel Abonnenten hast du? Ha? Wieviel? Hast du etwa... Eine Trilliarden-Zich-Tillionen Der mit den meisten Abonnenten, ne? Kriegt am Anfang die Stone-Pick-Ecks Nein, das ist natürlich nur ein Spaß, ne? Bei uns ist es auch, wenn du eine Trilliarden-Abonnenten hättest Ich würde auch so die Stone-Pick-Ecks bekommen Ja, ja, ja Oh nein, es ist eine Kohle runtergefallen Gut, dass du so verschwenderisch mit unseren Sachen umgehst Komm, erzähl es mal der Betsy Es tut mir so leid Mach das hier, mach das du Sonst klettert Betsy hoch Ey, pass auf, wir müssen... Es tut mir so leid Pass mal auf, pass mal auf Ich hab ne Idee, ich zeig dir mal kurz was Ich baue jetzt mal hier kurz zu Und ich zeig dir einen Trick, ja? Warum haben wir eigentlich hier Stairs gehabt eben? Ich hab einfach eine Stair in meinem Inventar Warum? I don't know Warte mal Pass mal auf Ich hab ne Idee Wir nehmen jetzt hier mal Wir haben Eis Okay, mit Eis Ja, das mit dem Eis Und dann das Lava hier irgendwo hin Oder sowas, ne? Und das Lava würde ich... Pass auf, aber dafür muss das Eis erstmal schmelzen Wie schmilzt denn das Eis? Wenn du es kaputthausst Kann man es kaputthauen? Ja Ja Und jetzt pass mal auf Jetzt macht man so Noobs am Werk Ja Ha Hat's geklappt? Ja, guck doch Jetzt kann man eigentlich abhauen Nice, Mann, du bist so schlau Bau du ab Bau du ab, sonst krieg ich noch Haue oder sowas Ich kann dann hier machen Und jetzt Oh nein, er ist verbrannt Oh nein, er ist verbrannt Oh nein, er ist verbrannt Warte, ich heb ihn auf Ich hab ihn Oh mein Gott, das geht Es funktioniert Okay, okay, wir haben einen ersten Cobblestone Generator Der so lala funktioniert Es ist schon mal ganz gut eigentlich Oha, gar nicht mal so schlecht, Mann Ich hab jetzt schon Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Generator Ey, wir können richtig Ey, weißt du was Wir können jetzt einfach mal Oh, oh, warte mal Das lags hat sich schon durch Aber look at this This is perfect Guck mal Look at this Ich nehm hier mal ein bisschen Ich nehm hier mal ein bisschen raus Damit ich mir auch Rüstung mache Das ist eigentlich für Bücher hier Recommended Recommended first to return it up Ja, manchmal lags Das ist ja auch so ein billigserver von dir Weißt du, ich meine Danke Der lags nicht so schnell Mein Server lags nicht Ich glaub das liegt aber wirklich an dem Cobblestone Generator Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass mein Server besser ist Mein Server Lars, mein Server ist so schlecht Er schafft sich mal ein Cobblestone Generator zu machen So ein richtiger Klassiker, Mann Oh, Luca Es ist, ich muss sagen Es ist schon mal wieder was anderes Wenn man, sag ich mal Ohne Mods so richtig Ohne Mods, Mods spielt Weißt du, ich meine, weil sonst hätten wir uns jetzt so eine Steinrüstung gemacht Und dann hätten wir so richtig Hast du jemals einen Modpack? Das ist ja schon geschafft Ja, ich hab das hier schon rüber gebaut Und wenn wir jetzt nämlich hier hingehen, ja Dann können wir tatsächlich Return to Hub machen Und dann sind wir returned bei der Hub Und da ist der Florian wieder Hallo Florian Also wir können jetzt theoretischerweise Haben wir jetzt sogar eine Aufgabe bestanden Komm mal kurz mit hoch, dann können wir die gleich zusammen abbauen Ähm Und zwar Ja, warte, ich komm grad hoch Aber ich Ah, nee, warte mal Discover the Hub without teleporting Ist ja eine Aufgabe Dann müssen wir uns eigentlich hier hochbauen Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir müssen so hochkommen Ja, wir müssen von unten dann nach oben Dass wir ohne teleportieren und sowas hochkommen Okay, das ist schon, das ist schon okay Das können wir aber, das können wir in der nächsten Zeit machen Ich geh jetzt noch mal wieder runter Genau, würde ich nämlich auch sagen Oh, man muss hier ein bisschen aufpassen Ich bleib mal hier unten Und mach ein bisschen hier unten Die, die Insel ein bisschen Hä, guck mal, wir müssen sogar Hier ist sogar eine Aufgabe Da steht drin, ne? Wenn du den Kopf von Daddy Lump findest Dann darfst du diese Aufgabe abbauen Alter, what the fish Und man muss eine Bonus Oh, das wird ein bisschen Man muss eine Bonus-Chest irgendwie finden, Alter Voll, voll interessant Okay Also, was wir jetzt auch auf jeden Fall machen sollten Ist, wenn wir irgendwie anfangen Hier so richtig professionell Minecraft zu spielen Du weißt, wie ich das meine, ja Profi Wir müssen aber auch unsere Saplings Von unserem Lebensbereich ein bisschen abtrennen Ja, ja, damit wir nicht von den Ja, ja, damit wir nicht von den Bäumen erschlagen werden Oh, 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 oh Mir ist der Sapling fast runtergefallen, ne? So, so, so Oh, man, Alter Wir haben halt nur einen einzigen Sapling Aber drüben Wir haben zwei Saplings Guck, jetzt haben wir zwei Bäume Easy Ja, und jetzt ist alles fertig Du kannst es nicht Du musst, du musst Dings Da gibt es nämlich so einen speziellen Trick Wie die Bäume schneller wachsen Du musst nämlich die Zwischen-Cobbled-Zone und sowas reinhauen, weißt du? Hä, Zwischen-Cobbled-Zone? Dann wachsen die, ja Dann wachsen die nämlich ein bisschen schneller Ich zeig's dir, ich zeig's dir Eine richtige Baum-Farm Hä, eine Baum-Farm Ich kenn's nämlich von meinem Server, ja Ah, das heißt also, warte mal Das heißt also, wenn wir um die, äh, um die Saplings herum So eine Steinmauer drumherum machen Dann bekommen wir da schneller Dings Nee, nee, so, so, guck Oh, bitte, pass auf Bitte lass die Erde nicht runterfallen, bitte Ich hab, ich hab die, ich hab die Erde doch, man Oh mein Gott Beruhig dich, beruhig dich, ja Werden nichts, werden Oh, die haben Oh, du hast sie gefallen Ich hab sie gefallen So Warte, ich baue die Erde Ah, ich hab sie So, so ungefähr Und dann wachsen sie Mach hier noch eine, mach noch da eine hin Gib mir mal ein bisschen Ich wächst das Ganze ein bisschen schnell Ich mach hier mal die Plattform ein bisschen größer, man Ich hab voll Angst, hier runterzufallen die ganze Zeit Hä, aber der Cobblestone-Generator ist gar nicht mal so schlecht Wir müssen den aber dann wahrscheinlich irgendwann mal upgraden Dass wir so zwei Cobblestones auf einmal abbauen können Und dann machen wir so eine richtig große Cobblestone-Dings-Abumster Oha, 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 wer ist denn da? Alter, das ist ja mega nice Ähm, kannst du mir mal bitte eventuell Dings geben, ähm, dass ich mir eine eigene Pickaxe machen kann? Eine Stein-Pickaxe Ich hau hier die ganze Zeit mit der Low-Level-Pickaxe Äh, ja, du brauchst Holz, bitteschön, hier hast du Holz, ja Dankeschön Hä, überhaupt kein Problem, du, das ist ja kein Ding Ich hab jetzt erst das Achievement bekommen, dass ich Holz hab, weißt du? Du hast das erste Mal Holz grad gehabt, oh, Alter Ja Junge, voll der Big Bro Und, und drei Cobbs, ich brauch noch drei Ach, ich mach das selbst, komm, hier Warte, nehm ich mir jetzt einfach mal selbst Ja, du bist doch jetzt Cobblestone-Profi, oder? Jaja, ich weiß nicht, aber Jungen, mir ist fast ein Dirt runtergefallen Weißt du, das Problem bei dem hier ist ja Oh nein, mir ist ein Dirt runtergefallen, Lars Ich muss dich töten, das war Dirt, mein Freund Guck mal, guck mal, jedes, jedes Item, was man hier runterschmeißt, ist eigentlich extrem schlimm, ne? Weil du kriegst es ja eigentlich nicht mehr so schnell wieder, ne? Du kriegst es nie mehr wieder, wenn wir jetzt hier Dirt verdienen Dirt ist ja nur begrenzt hier auf der Welt Eigentlich schon, was ist mit Seeds? Ah ne, Seeds kennen wir jederzeit immer wieder da Guck mal, wir haben noch zwei Hosen, eine Hose ist für dich und eine andere Hose für dich Apropos, Seeds, Seeds haben wir eigentlich gar nicht Wir haben keine Seeds hier vom Gras gekriegt, ne? Wir haben ja auch noch Dings hier, Rosen nehme ich jetzt auch nochmal, weißt du? Alter, ich hab übrigens noch, guck mal, ich hab noch übrigens drei Holzstämme hier, ne? Also, ne, nicht vergessen, hier haben drei Holzstämme und dann haben wir hier drei Oh mein Gott, was hast du runterfallen lassen? Boah, weißt du das? Was hast du runterfallen lassen? Ah! Alter, Lars, warum bist du so? Mir ist ne Blume runtergefallen und dann wollte ich da drüber springen, dann bin ich die Lama gefallen Wo ist die andere, wo ist die andere Blume? Hä, wo sind die roten? Die roten Blumen Ähm, die, äh, ich muss auf, ciao Oh, der Baum ist fast gewachsen Lars, du bist so schlimm, ich hasse dich so sehr Ich hab extra gesagt, da sind doch diese zwei roten Du hättest sie auch einfach nur stehen lassen können und dann wäre alles in Ordnung gewesen Aber nein, ich bin Lars, ich geb Gas Kannst du mal aufhören Gas zu gehen? Hörst du mal? Nein, lass den doch einfach da stehen Das ist unser kleiner Stamm Warum? Ich brauch das Holz Okay Leute, wisst ihr was? Es sieht so aus, ja? Lars, ich würde sagen, wir werden einfach mal unsere Arbeit, wie zum Beispiel Cobblestones Farmen und so Alles auf die nächste Folge verlegen Ich bin jetzt erstmal fertig mit dem Lars Der hat jetzt schon unsere Blumen alle verloren Wir werden wahrscheinlich nie wieder rote Poppys oder sowas finden Da unten sind auch welche Alles nur wegen Das sind aber dann meine Die sind nämlich nur begrenzt auf dieser Welt verfügbar Du hast nämlich schon zwei so verschwendet, weißt du? Das ist so, als ob du einfach Geld aus dem Fenster rausschmeißt Das kommt nie mehr wieder, verstehst du das? Doch, mein Geld kann fliegen Oh nein, okay Leute, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge Wenn wir wieder SkyBlog spielen oder beziehungsweise Ja Wie heißt unser Projekt nochmal? Atmo, genau Atmo Okay, nächste Folge kommt dann wahrscheinlich bei, 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 bei Lars oder bei mir Hallo Ich würde mal sagen, die nächste Folge kommt bei Lars, ja? Beide Kanäle abonnieren läuft Genau, beide Kanäle abonnieren Und dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, wann die Folgen rauskommen Und immer, jederzeit immer reingucken und so Und, äh, vergisst uns auch nicht auf Instagram zu folgen Weil dort machen wir auch gerade sehr viele Sachen Und wir hoffen auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen Falls ja, lasst einen Daumen nach oben Daumen und seht sich in der nächsten Folge wieder Wenn Lars wieder Gobbelstones abbaut Ja 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 Ja